Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. In meinem heutigen Video geht es um die Frage, was ist eigentlich Substrat bzw. was ist das Nährmedium, das man beim Pilze züchten verwendet. Zuerst einmal, Substrat und Nährmedium sind eigentlich das gleiche. Das können zum Beispiel solche Roggenkörner sein, das können Strohpellets sein, Buchenholzpellets oder alles mögliche andere. Von einem Nährmedium spricht man allerdings auch oft, wenn man mit einer Ackerkultur oder mit einer Flüssigkultur arbeitet. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du noch mehr das Pilze züchten erfahren willst, abonnier einfach meinen Kanal oder schau auf meiner Webseite www.gino.de vorbei. Ich würde mich freuen. Bleibt gesund. Bis bald.